Für Liebhaber bunter Balkone bietet sich natürlich an, viele verschiedene einzelne Pflanzen zu kaufen, die dann zu kombinieren zu Hause und einen bunten Balkon zu kreieren. Aber nicht jeder hat die Muße dafür oder auch die zwei grünen Daumen, die man dafür braucht. Deshalb empfiehlt sich dann, auf fertig kombinierte Trio-Pflanzen zurückzugreifen. Die gibt es mittlerweile von vielerlei Arten, zum Beispiel bei den Zauberglöckchen ist das sehr beliebt, verschiedenfarbige Pflanzen in einem Topf zu kaufen und wenn man die zusammen in einem Balkonkasten pflanzt, hat man schon relativ schnell eine bunte Farbwelt. Das gibt es auch für andere Pflanzen, zum Beispiel für diesen duftenden Elfenspiegel, die Nimesien oder für Verbenen hier in Peach, in Weiße und in Scharlachrot zusammen gepflanzt. Und man kann dann auch schon direkt einige Tage, nachdem man das gepflanzt hat, so einen schönen Balkonkasten erhalten mit verschiedenen Farben in einem Kasten. Und die sind häufig auch so aufeinander abgestimmt, dass das harmonisch wirkt. Dafür sorgt dann schon der Gärtner vorher. Wer es noch bunter möchte, kann auch verschiedene Pflanzenarten zusammen mischen. Dort werden dann nicht nur innerhalb einer Petunien-Serie oder einer Zauberglöckchen-Serie die Pflanzen gemischt, sondern zum Beispiel auch ein Männertreu mit einer Petunie. Wir haben hier einige Exemplare mal, wie sie auch im Handel erhältlich sind. Zum Beispiel eine Mischung in Blautönen mit einer Verbene, einer Petunie und einem Männertreu. Oder auch hier mit roten Verbenen, weißem Zauberschnee und blauem Männertreu, sodass man dort eine bunte Farbwelt erzielen kann. Hier noch was für kleine Töpfe, zum Beispiel in Gelb, Blau und Weiß. Ein Schneeflöckchen, eine langsam und kompakt wachsende Bidens oder Goldmarie und ein blaues Gänseblümchen, was den ganzen Sommer über blüht. Und diese Pflanzen wachsen ineinander verzweigt und füllen dann auch kleinere Töpfe wunderschön mit einem bunten Blütenmeer. Das war's. Das war's. Das war's.